Im letzten Video haben wir euch bereits einen kleinen Einblick in das Thema SAP und GCP und IT-Governance gegeben. Heute betreffen wir das Thema Security noch etwas genauer. Wenn ihr eure SAP-Systeme in der Google Cloud betreiben wollt, wird die IT-Security von der Avato IT-Governance geregelt. Die IT-Governance ist das Regelwerk, nachdem IT-Prozesse ablaufen. Neben Monitoring, Reporting und Incident Management gehört auch das IAM, also das Identity Access Management, zu diesem Regelwerk. Ohne diese Maßnahmen ist es nicht möglich, einen sicheren IT-Betrieb zu gewährleisten. Wie sieht also das IAM der GCP aus? Jeder User wird einer Gruppe zugeordnet, der wiederum mehrere Rollen zugeordnet sind. Die Rollen verwalten die Berechtigung über die Google Services, zum Beispiel um einen neuen Nutzer anzulegen oder eine Serverinstanz zu starten. Google macht uns das Leben an dieser Stelle etwas einfacher, indem sie uns drei Arten von Rollen vorgeben. Einfache Rollen, wie zum Beispiel Viewer, Editor, Owner, vordefinierte Rollen, wie Superadmin oder Gruppenadministrator und die benutzerdefinierten Rollen. Als benutzerdefinierte Rolle könnte beispielsweise die Rolle SAP Admin angelegt werden. Dieser Rolle werden dann alle Berechtigungen für die Google Services zugeordnet, die zum Administrieren der SAP-Instanz benötigt werden. Jedes System, jede Firma, ob SAP, GCP oder Avato Systems, besitzt ein integriertes IAM, da die Systeme auch unabhängig voneinander arbeiten können. Die Integration in die Welt von Avato Systems erfolgt über die Avato IAM-Lösung. Der Avato Systems Mitarbeiter ist zum Beispiel in der Gruppe GCP Admin und erhält damit die Rechte, in der Google Cloud zu arbeiten. Dort wiederum ist der User in der Gruppe SAP Administration und kann somit die SAP Instanzen in GCP verwalten. Innerhalb des SAP Systems ist diese Rolle dann für die administrativen Transaktionen über Gruppenzugehörigkeiten berechtigt. Vielen Dank!